Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer Vanena und einer weiteren Folge Dreadnath. Und wir sind diesmal auf El Capa oder so ähnlich. Ihr seht ja unten den Planeten. Und das ist der erste Bodenkampf, den ich habe. Ich habe ein bisschen nur dieses Raumschiffchen. Mein Schiffchen. Und ihr seht, da geht's los. Zack, da sind die anderen. Ich habe, somit aussieht, das größte Moment. Nehmen wir jetzt noch dick und fette Ding. Ja, wir sind fünf Leute. UseBoost, TrailerBlue, der Berliner Icke, NastyFFM und Captain... Ich weiß nicht, wie er heißt. Wäre geiler, wenn man die ganzen Namen lesen könnte. Vielleicht, wenn die Entwickler sowas mal gucken, vielleicht die Profile mehr längs machen über das ganze Bild. Das wäre sehr geil. Und nun, wenn wir uns das mal reinziehen. Der Kampf geht scheinbar gleich los. Zack, es geht los. Der Fight geht los. Und ihr seht, auf dem Gelände selber... So, und wenn man es vielleicht richtig wissen wollen... Denn wir gehen auf Kampfmission. Und wir schleichen bis hinten rein. Hier gehen die Töten. Hier waren auch Töten. Und da ist schon einer. Kommt einer an uns hinterher? Seht ihr den? Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Fusion Reaktor ist überheillend. Putting Energie System offline. Wir haben die Warnung. Launching Torpedos. Missile Silo ist noch nicht online, Captain. Reloading Missile Silo. Schöne Silo. Schöne Silo. Schöne Silo. Schöne Silo. Schöne Silo. Wir werden die Tunze des Töten. Schauen wir ihn noch? Nein, leider nicht. Ich habe das andere Schiff nicht gesehen. Entschuldige, falls du das so siehst. Es tut mir echt leid. Ich habe mich nicht gesehen. Schade. Ihr seht, ich habe das Lenkzimmer so gut drauf hier. Wir werden hier unserem Kompanier mal helfen gehen. Wir sind recht schnell jetzt. Leider haben wir hier gerade noch eine andere Position. Jawoll, wir hauen ihn auf den Sack. Leute. Er ist weg vom Fenster. Ich bin leider auch tot. Aber wir haben ihn geschafft Leute. Zwei sogar. Zwei Kills. Wir haben zwei Leute geplattet. Jawoll. So muss es sein. Ich hoffe das Spiel gefällt euch und ihr seht es gerne. Schreibt mir da mal eure Kommentare am besten rein. Würde mich echt freuen. So, was wir jetzt machen werden. Wir gehen nach unten. So, wir sind jetzt gerade. Mal sehen, ob sie uns finden. Ne, sie können uns nicht. Wir schnappen uns die Sache. Auf uns schießen wir heute. Oh, nein. Mortal FLs mitparen! Paul Traum! Mist Leute! Von hinten kann man auch noch einer. So ein Shit aber auch. Gut, ich weiß, ich bin nicht so gerade perfekt taktisch, aber ich muss mich erstmal reinfriemeln hier in das Game. Ich sehe, ey, so geil! Oh, das war echt gut. Jetzt werden wir uns mal anschleichen, wir stoßen mich überall an, aber es kann uns ja im Endeffekt im Moment egal sein. Oh shit, wir brauchen ein besserer Shit Shit. Oh, da haben wir das Pixelfehler, die hat ihre Frisur verloren, habt ihr gesehen? Da kann ich noch umfangs nachfixen. Auf hinten da, die Tlappederhäuser. Wann da? Okay, jetzt schauen wir mal rein. Jetzt leider auch wenig mit Shit, ich kenne mich ja mit dem Spiel noch gar nicht richtig aus. Die Tlappederhäuser sind geschlossen. Unsere Weapons sind geschlossen. Schuss aufs�ungsvolle Silot. Wir müssen losge drummern. Wir müssen die Tlappederhäuser optionen aufgelistetieren. Das bedeutet, dass Sie die Tlappederhäuser sind, können Sie still aufgelistetieren. Urlaub wird klar, dass Sie die Tlappederhäuser sind. Ja, voll! Ja, voll! Ja, voll! oh mich hat's erwischt, wie sollten sie mich erwischt, Atombomben oder so was, ja? jo, wer spielt das Spiel übrigens von euch auch, weil dann könnten wir die zusammen zocken, das wäre ja auch mal ultra geil, zwei Kumpels spielen es von mir auch, die ziehen sich gerade die Download, wir gucken mal, fünf Tone, drei habe ich gekillt, schade, ein bisschen wenig boah, wieso bin ich denn schon wieder down, was haben die denn die für Schiffe, sind die für Level, kann ich denn irgendwo sehen, mache ich mich ja nochmal platt hier Danke, Kapitän Ich kann es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann. Wir werden uns jetzt mal gut verstecken. Ich hoffe, dass die Müssen jetzt hier nicht ankommen, Leute. Ein paar könnten ankommen. Mist. Er ist weggejumpert, so ein Mist. Ja, die sind gute Jungs. Die sind besser, als ich bisher hatte. Verloren. Wir haben verloren, Leute. Nein.